Hallo zusammen, ich bin Slacksplash und hier auf dem Zweck nach Slackoffs Ihr habt mir eure Fragen gestellt Ich beantworte sie und let's go Sag mal Slackoffs Bist du ein Baum? Und darf ich aus deinem Keller raus? Please, ich bekomme hier kaum Luft Sag mal Slackoffs, bist du ein Baum? Ich denke nicht Vielen Dank für meinen Manager für dieses Video Und auf die zweite Frage Also in meinem Keller ist eine Bar Und ich glaube nicht, dass ich jemanden dort reinstecken kann wenn dies öffentlich zugänglich ist Ja, pfff Also ich weiss wirklich nicht, ob jemand hier im Keller ist Bedanke Scheisse Slackoffs, die Frage ist Ist du ein Roboter? Sag mal Slacksplash Was macht dich einzigartig? Was mir einzigartig macht ist so mein katastrophales Deutsch Ich bin einer, der eigentlich nie aufgibt Ja, ja Wahrscheinlich Sag mal Slacksplash, wann zeigst du dich? Wann ich mich zeige? Das ist eine sehr gute Frage, ich weiss es nicht Ah, halt das Maul Es wird noch lange dauern Ja, irgendeinmal Wie der Zeit wird es kommen Sag mal Slacksplash Kannst du auch so ein Vortragsvideo machen wie Adi Datoro? Willkommen zu meiner Präsentation Warum ihr abonnieren sollt Kurz über mich, ich bin Schweizer und verdient kein Geld mit YouTube Falls sich jemand das wieder fragt Dann was sind die Vorteile beim Abonnieren Ihr verpasst nichts mehr Ihr unterstützt mich, ist ein Motivationsträger Und ihr seid Teil einer Community Sollte man die Glocke aktivieren? Ja, das ist vonnöten Dann kommt direkt eine Benachrichtigung Wenn ein neues Video online ist Abonniert Slackoffs und Slacksplash Sag mal Slacksplash Sag mal Slacksplash Warum bist du so schlecht in Among Us? Ey, ich bin gar nicht schlecht in Among Us Ich bin der beste Imposter Und das sage ich euch ganz ehrlich Oh, da war ja was Sag mal Slacksplash Kannst du mal ein Fortnite Video machen? Dieses Spiel ist einfach nur Scheisse Okay, ich mache es Aber hier muss ich meinen Manager fragen Guten Tag Manager Oh ja, was ist? Ey, ähm Sagen wir mal Wollen wir zusammen ein Fortnite Video machen? Das heisst wohl ja Achja, das Video wird einfach Irgendein Mal in der Infokarte sein Weil ich muss es zuerst noch aufnehmen Und Vielen Dank fürs Zuschauen dieses Videos Und Schreibt gerne weitere Fragen In die Kommentare Die Frage einfach mit Sag mal Slacksplash Und Slacksplash Beginnen Das ich es leichter finden kann Und ich freue mich auf jeden einzelnen Kommentar Und bitte Nur Gute Ausser eine Freilassung im Keller Das ist leider nicht möglich Hier am Abspann Sieht nach Ein Random Video Von meinem 2 Kanal Slackoffs Und hier noch Ein Video Von Slacksplash Mein Hauptkanal Haut rein Ciao